hallo ihr lieben auf youtube ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört ich weiß ich habe mich ein bisschen rar gemacht aber nicht zum nicht mehr spielen sondern auch zum komponieren und daher möchte ich euch heute mein neues stick vorstellen es nennt sich träumereien lehnt euch einfach mal zurück und hört die schöne melodie an und ich hoffe es macht euch wieder ein bisschen spaß mir zuzuhören ich werde in nächster zeit öfters mal wieder was posten weil das akkord und spieler spielen werde ich nie lassen das ist meine große leidenschaft und macht mir weiterhin viel spaß also jetzt mal viel spaß bei träumereien von mir selbst so Musik 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 So, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht mit meinem neuen Lied Träumereien. Bis bald, eure Jürgen.